So, meine lieben Inselfreunde da draußen, herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit einer neuen Folge Dinkum. Und wir sind gerade frisch aus dem Bett gehüpft, hier wie man sehen kann, aus unserem wundervollen Schlafsack. Und wir gehen erstmal raus, wir gucken erstmal wie das Wetter ist. Ja, das sieht soweit ganz nett aus. Sonnenschein, kaum Wolken, sehr schön. So, und wir sehen schon unten links unser Büchlein, das blinkt. Das heißt, wir können wieder was abschließen. Hier, heiße Früchte. Haben wir gemacht, gibt 100 Punkte. Das habe ich eben schon gemacht hier. Das gab 200, glaube ich. Explorer ist fertig, Camper ist auch fertig. So, guck mal, haben wir schon wieder 250 Pünktchen zu sammeln. Und ich glaube, wir sollten mit dem Ofen was machen, ne? Bei Fletchy. Das heißt, wir stiefeln mal los. Wir sind ja jetzt auch wieder energiegeladen in den neuen Tag gestartet. Zack, die Kaktusdinger nehmen wir auch wieder mit. Zack, zack, zack. Holz können wir auch gebrauchen. Achso, genau. Wir können mal eben schauen hier. Unsere täglichen Meilsteine. Ein neues Werkzeug kaufen. Okay, das können wir machen. Haben wir genug Punkte? Ich weiß es nicht. Drei Samen säen. Und drei Holzstümpfe weghauen. Okay. Können wir mal probieren. Ist das hier so ein Ding? Ja, ne? Hat das jetzt schon gezählt? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken erst mal. Wir gucken erst mal. Zack. Baum fällt. Ja, hat gezählt. Cool. Gumnut. Okay. Habe ich denn irgendwelche Samen überhaupt? Ich weiß es gerade nicht. Äh. Ich glaube nicht. Kaktus. Äh. Ne, haben wir nicht. Okay. Kein Problem. Äh. Wir werden jetzt erst mal. Oh, hier. Das nehmen wir natürlich noch mit. Zinn. Ja. Quarz. Oh. Okay. Sah aber auch aus wie Zinn. Pickup. Pickup. Ne, Pickup wollen wir nicht. Wir wollen die da reintun, ne? Insert. So. Brodel, brodel, brodel. Habe ich noch. Palmwood, Gumlock. Hm. Hauen wir mal rein. Ich will mal gucken. Ja. Zack. Und schön auf die Finger aufpassen. Zack. Können wir ruhig mal alles durchballern. Das werden wir bestimmt noch brauchen. So. Zack. So, jetzt müssen wir das alles noch einsammeln. Oh, hier ein ganzer Beutel. Gumwood Plank. Zack. Zack. Und hier hinter liegt auch noch was. Tinbar. Waren das alle? Nur einen? Also mal ein bisschen wenig, oder? Muss ich wahrscheinlich noch mehr besorgen. Aber, was sagt denn unser Journal? Da. Okay, wir haben jetzt, ähm, wieder 100 Punkte bekommen für's, für's. Das ist, ähm, wieder 100 Punkte. Das ist, ähm, wieder 100 Punkte. Das ist toll. Explorer, Camper. Okay. Ähm. So, was sagt denn Fletch? Well done, Maddy. Du hast dich wieder einmal selbst bewiesen. Und du fängst langsam an, ziemlich viel Zeug mit dir herumzutragen. Ich sag dir was. Ich zeige dir, wie man eine Holzkiste craftet. Aber du brauchst auch ein Rezept für Nägel. Äh, 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 äh. Okay. Ich sag dir was. Die Insel der Freude ist auf dem besten Wege, eine schöne Siedlung zu werden. Mit einem Ofen und einer Kreissäge können wir darüber nachdenken, wie wir weitere Gebäude bauen. Ich sag dir was. Wir sollen mal versuchen, äh, dass John hier einen richtigen Shop eröffnet. Okay. Darum geht's, Maddy. Darum geht's. Ich würde vorschlagen, wir, äh, geben ein bisschen Geld aus, um sein Zelt zu verbessern. Okay. Und wir sollten ihm natürlich zeigen, wie freundlich wir sind. Frau Fraxel, nicht, ob er bei irgendwas Hilfe gebrauchen kann. Äh, und wir werden ihm erweisen, dass die Insel der Freude ein schöner Ort zum Umziehen ist. Okay. Da haben wir's. Guck mal. New Crafting. Rezept. Okay, dann Nägel. Und die Wooden Crate. Guck mal. So viele neue Sachen hier. Ah, dafür brauchen wir die, die Zimmdinger. Verstehe. Da kriegen wir acht Nägel raus. Da, 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 da. Machen wir gleich alle fertig. Cool. So, was ist das? Äh, Steinweg. Äh, Zaun. Okay, da. Craft. Da ist unsere Kiste. Perfekt. Sehr schön. So, dann gehen wir wieder raus. Und fragen. Uh. Das haben wir mal eben weg. Quarz. Und dann fragen wir mal, ob der gute John was braucht. Äh, 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 äh. Ich möchte mit dir reden. Okay, worüber möchtest du denn sprechen? Brauchst du irgendwas? Ja. Oh, Maddy, du hast eine Lizenz zum Holzhacken, richtig? Ja. Ja. Was denkst du? Könntest du mir helfen, vier, ähm... Palmbot-Bretter zu machen? Würde mir wirklich helfen. Aber na, sicher doch. Danke, Maddy. Request added to journal. Äh, Tasks. Guck mal. Okay. Pamud-Plank. Hab ich die schon? Ich glaub, die hab ich schon, ne? Jo, haben wir schon. Haben wir eben gemacht. Ob, obwohl wir es gar nicht wussten. Ja, auch gut. Äh, hier you go. Äh, ja. Viermal Palmbot. Haben wir. Die guten alten, gesägten Bretter. Select. Achso, jetzt müssen wir auswählen, wie viele. Vier Stück, ne? Wollt ihr haben. Wow. Du hast wirklich vier Stück? Ja. Du bist der beste, Maddy. Äh, ich schulde dir was. Hier, nimm das. Äh, ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Oh, Kamu-Cap. Wir haben ein Hütchen. Das ist ja toll. Hütchen, Hütchen. Wo ist er denn? Da. Die ziehen wir uns hier jetzt rein. Yeah. Das ist ja toll. Äh, ich frage ihn nochmal. Vielleicht hat er noch einen Auftrag. Got a job for me. Genau. Hast du Arbeit für mich? Weißt du was? Ich hab grad nichts für dich zu tun. Okay. Aber, wir können ja nochmal Sachen verkaufen. Äh. Zack. So. Dann kriegt er von uns. Die Nägel müssen wir behalten. Äh, 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 äh. Eigentlich will ich nichts verkaufen. Äh, äh, äh. Ja, komm. Wir verkaufen ihm noch die restlichen Bretter hier. Davon nochmal die Hälfte. Quarz kriegt er auch die Hälfte. Die Nuss kriegt er. Oh, ja. Bitteschön. 1.829. Ja, geht mal her. Sehr schön. Danke vielmals. So, guck mal. Der hat hier aber auch noch andere Sachen, ne? Der hat da noch die Schaufel. Die kosten nur 900? Ja. Das ist sowieso eine Aufgabe aus unserem Journal, ne? Ja. Kaufe ein neues Werkzeug. Das machen wir gleich. Und wir haben schon wieder was abgeschlossen hier. Wir haben jemandem geholfen. Dafür gibt es 100 Punkte. Okay. Danke sehr. Was haben wir hier? Okay. Haben wir was verkauft? Alles klar. Cool. Haben wir schon wieder 970 Points. Und ich kaufe dafür die Schaufel. Ah, wie stimmt. Wir brauchen erst die Lizenz. Habe ich natürlich voll vergessen. Sorry. Mein Fehler. Aber das kriegen wir... Oh, hier liegt noch was. Das kriegen wir schnell hin. Ich finde mal eben hier... Bisschen Ordnung schaffen. Hauen wir das mal eben alles weg. Solange wir noch Energie haben. So. So. Komm her. Zack. 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 Ja, wir werden uns das hier schön gemütlich machen. Ähm... Ich freue mich schon. Ach, guck mal. Da haben wir schon wieder was abgeschlossen. Das ist ja lustig. Hör mal her mit den Punkten. Die können wir alle gebrauchen. Wollen wir mal eben nachgucken. Rock on. Ja. Steine zerkloppt. Gibt schon wieder 100. Tada. So. Dann gehen wir nochmal zu Fletch rüber. Hallo, Maddy. Was kann ich für dich tun? Äh... Ich möchte gerne eine Lizenz erwerben. Mhm. Bergbau haben wir. Holz haben wir auch. Da. Die brauchen wir. Das ist hier für Schaufel. Ausgrabung. Eine neue Lizenz. Tatatata. Sehr schön. Und ist schon wieder eine neue verfügbar. Oh, hier. Metall. Detecting. Was steht da? Ah ja, damit kann man Schätze finden. Das ist ja cool. Ähm. Lass uns über die neue Stadt reden. Ähm. Ach, guck mal. Man kann sogar Gebäude verschieben. Äh. Ja, was das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich mach das mal. Ach, das ist hier so ein, so ein, ähm... Schwarzes Brett, glaub ich, ne? Okay, ich glaub, damit verschulden wir uns. Aber mach dir keine Sorgen. Wir werden das in kürzester Zeit zurückzahlen. Ah ja. Wir haben hier eine Spendenbox in unserem Zelt. Ah ja, 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 seh ich schon hier. Da kann man dann spenden. Äh, ja, wir, wir werden das machen. Alles klar. Jetzt können wir uns aussuchen, wo wir das betrattieren wollen. Okay. 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 Okay, wir können nicht anfangen, bevor wir nicht alle Materialien haben. Ähm. Je schneller wir sind, desto besser. Alles klar. Bulletinboard. Ja. Schwarzes Brett ist das. Okay. Cool. Ah, hier. Da ist er ja schon wieder. Jetzt ist die Frage, wo wir das hinmachen. Das muss ja schön sichtbar sein auch. Ich würde fast sagen... Wir machen das irgendwo... Da muss man jetzt mal eben kurz ein bisschen überlegen. Äh... Irgendwo, wo es gut sichtbar ist. Ich würde sagen, hier. Oder? Wir gucken mal. Vielleicht kann man ja... Kann man ja auch verschieben. So. Zack. So. Ah ja, guck mal. Das ist ja aber richtig riesig. Ah, komm. Wir machen das hier hin. Ist das ein guter Platz für das schwarze Brett? Yes. Tada. Guckt euch das an. Ist das cool. Read. Town Announcement. Schwarzes Brett. Neu. Unsere Stadt hat nun ein schwarzes Brett. Okay. Hier können die Leute also ihre Sachen ranpinnen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und es ist schon wieder dunkel. Ähm... Mal eben was essen. So. Ein bisschen Abendbrot. Die Zeit geht aber auch schnell rum hier. Muss man ja echt mal sagen, ne? Ähm... So. Dann wollen wir mal eben gucken. Was haben wir da noch für Aufgaben? Ah ja. Wir müssen immer noch für John ein paar Sachen erledigen. Okay. Dann quatschen wir ihn noch mal an. Guten Abend, Maddy. Ähm... Brauchst du irgendwas? Nope. Mir geht's gut. Okay. Alles klar. Ja, dann... Wenn das so ist... Dann gehen wir wieder. Erstmal nach Hause. Und ne Runde schlafen. Äh... 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 Ja, wir sind richtig. Alles klar. Im Dunkeln ist gut munkeln. Okay. Tauchen kann man auch. Das ist ja lustig. So. 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 Aber wir sollten noch... Wir sollten noch, äh... Was anpflanzen, ne? Ja. Drei Samen. Und das Ding müssen wir auch noch kaufen. Unsere Schaufel. Äh... Okay, das... Das würde ich noch mal eben versuchen. Wo waren die denn hier? Da. Palm Tree Seat. So. Die können wir dann auch demnächst wieder weghacken. Oder kann ich das noch gar nicht? Muss ich das erst lernen? Oder geht das nur in Erde? Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Anscheinend können wir das noch nicht. Ist aber kein Problem. So. Machen wir uns noch ein bisschen Abendbrot. Zack. Zack. Und... Zack. Ja. So, ich glaub, das sollte reichen. Das Unkraut haben wir auch mal weg hier. Kann man besser gucken. So. Mein ganzes Zelt hier ist zugewuchert. Zack. Ah. Guck mal. Zack. 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 So. So ist es schön. Oh. Und wir haben wieder was freigeschaltet. Super Taster. Super Taster. Für das Kochen wahrscheinlich. 100 Punkte. Jawohl. Danke sehr. So. Dann. Was sagt der Postkasten? Irgendwas drinne? Nö. Postbote waren noch nicht da. Gut. Dann würde ich sagen. Hauen wir uns hin. Bis morgen schlafen. Ja. Das machen wir. So. Einmal unsere Zusammenfassung. So. Sehr schön. So muss das sein. So. Und mal eben, wo ich das gerade sehe. Ähm. An alle, die das. Spiel sich jetzt auch geholt haben. Oder gerade angefangen sind damit. Wenn ihr speichern wollt. Immer vorher schlafen. Aber halt ansonsten. Äh. Wird nicht gespeichert. Also das Spiel dann nicht verlassen. Sonst müsst ihr alles. Das was ihr gemacht habt. Nochmal machen. So. Gut. Dann. Oh. Hier Grassamen. Warte mal. Kann ich die vielleicht einpflanzen? Geht das? Schauen. Wir schauen mal eben. Nee. Muss ich wahrscheinlich erst wieder lernen. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. So. Dann gehen wir mal wieder rüber. Zu. Fletch und John. Dann kaufen wir uns auf jeden Fall noch. Die Schaufel. So. Guten Morgen John. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte etwa. Ja. Wir fragen ihn nochmal. Brauchst du Hilfe? Hast du Arbeit? Oh. Mein Belly ist grumbling. Also er hat. Ähm. Seinen Magen geschnurrt. Er möchte etwas zu essen. Okay. Na klar. So. Neue Anfrage zum Tagebuch hinzugefügt. Ja. Mal sehen. Ob ihm das schon reicht. Ich hab ja Essen gemacht vorhin. Das ist für dich. Hast du etwas zu essen gefunden? Aber sicher doch. Vielen Dank. So. Wo ist es? Da. Ne. Ich bin nicht wirklich. Ah. Okay. Das mag er nicht. Ja. 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 Wie jetzt? Will er nicht? Oh. Okay. Er mochte mein Essen nicht. Ist aber auch fehlerisch. Ah. Egal. Wir kaufen jetzt erstmal die Schaufel. Ja. Dankeschön. Ähm. So. Sehr gut. Der Grill, ne? Der triggert mich ja. Aber der ist mega teuer. Äh. So. Warte mal. Irgendwas war noch. Genau. Ja. Äh. Da. Sehr schön. Gut. Meine lieben Freunde. Dann. Würde ich sagen. Soll es das erstmal für die heutige Folge gewesen sein. Ähm. Die Zeit, die rennt hier immer sehr, sehr schnell in diesem Spiel. Aber ich freue mich trotzdem schon auf die nächste Folge mit euch dann. Ähm. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ähm. Wie ihr dieses Spiel findet. Ich bin da sehr interessiert. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt. Ähm. Ähm. Auch immer gerne rein in die Kommentare. Dann habe ich was zu lesen. Okay. Aber das soll es dann für diese Folge erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann bald wieder mit der dritten, äh, Folge. Und dann geht es hier weiter. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Und tschö. Mit ö. Bis zum nächsten Mal.